Mein moin, willkommen zurück zu einer weiteren Runde von Legion TD2 im Rangelistenmodus. Ich sehe schon, er hat Kartell ausgewählt mit einem Teammate. Das heißt, er will aufs Early Game pushen. Wir gehen mal mit Auszahlung. Zum einen können wir dann uns was Teures kaufen, so wie den Fürst des Todes. Hier ist die neue Einheit, der Crab Warlock. Da holt er kleine Crab. Ja, kann die spawnen. Lass mich mal schauen. Ratensinn-Shit, dann nehme ich das. Die sind ganz gut. Fürst des Todes können wir mitnehmen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Wir hätten jetzt hier drei Spawns, hätten wir jetzt. Wir starten mit dem Fürsten. Und holen uns dann die Worker rein. Weil der hält easy die Wellen. Bis zur vier müsste der locker halten. Und vielleicht sogar zu fünf. Aha, also kleine Krabben, die Stich- und Verstärkenverleidung haben, wie die Welle 1-Teile. Kehr, Fiesta, Windfalken. Das muss ich mir im Hinterkopf behalten. Aber hier kann ich erst mal weiter Walker bauen. Der hält doch alles. Beziehungsweise könnte ich mal eine Harp hier noch mit reinpacken. Und das sollte reichen. Double Snail. Zwei Windfalken da drüben. Ja, der Fürst des Todes, der hält schon übelst viel aus. Gerade wenn die Drachen, die er immer holt. Das wäre jetzt eine schwierige Welf gewesen, wie da kam Verteidigung. Aber der Rest ist vollkommen egal. Jetzt kann ich wirklich einfach nur noch Walker pushen. Bis zur fünf. Da bräuchte ich ein paar Bazookas. Das ist ein bisschen anderes Gameplay. Keine Bura, kein Champion, sondern einfach mal so ein bisschen was anderes. Da hat zwei Drachen schon wieder gespawnt. Was von der Blocken? Fürst des Todes ist sowieso mega fett. Ich vermute mal, er wird was anderes hinstellen. Deswegen schicke ich ihm eine Echse rein. Weil er hier ordentlich verkacken würde. Knochenkrieger ja zwei Kalkapfen noch dazu, aber die sind ganz schnell down. Er verkackt ordentlich. Jawohl, die Drachen waren es. Mehr Walker. Sehr gut. Das geht auch durch. Sehr schön. Wir wollen ja im Ödgame relativ viel rausholen, weil er ja Kartell hat. Und ich will meine Auszahlung. Oh, wie cool. Dann werden wir mal noch eine Hopp hier hinstellen. Ich kann die nächste Runde schicken. Da wird er, da wird er eine Kalkap aufwerten. 140, drei Turtles. Okay, das werde ich nicht schaffen. Das war zu viel. Ja, er hat geleakt. Der schafft es gerade so. Ja, er wird es für mich halten. Gar kein Thema. Sollte passen. Können wir da schon mal einen hinsetzen? Die Schnecke wird nicht rausgehen, aber ich mache sie trotzdem rein. Man weiß ja manchmal nie. Kingaufwertung gemacht. Da kann ich gierig sein. Der Robo kannst du nicht blocken. Da bin ich zu stark. Aber er hat ihn verstärkt. Das heißt, nächste Runde ist richtig kacke. Da, wo ich ihn eigentlich brauche. So lange wir was rausholen, ist es immer super. Für wirklich, da warte ich lange. So kierig bin ich dann doch nicht. Machen wir das so. Sollte ganz gut abhalten. Er wird jetzt schicken. Ob ich liege, weiß ich jetzt nicht. Aber ich werde nächste Runde ihm wieder was schicken. Ja, die machen nur Aufwertung. Gut, dann ist es egal. Brauche ich eigentlich nur das. Wieder verkackt. Unser aggressives Gameplay zahlt es schon irgendwie aus. Aber der baut ja nur Workoff. Holy shit. Wir bauen auf jeden Fall nochmal ein Mana raus. So. Hexe mit rein. Fertig. Die sind ganz schnell weg. Das waren zwei. Ich habe schon gewonnen, ob da kein Schaden gekriegt hat. Das waren zwei hintereinander. Trotzdem, dass wir so viel raus sind, sind immer noch über uns. Komische Geschichte. Verteidig. Ja. ich bin ein baum hin den können wir gut gebrauchen das sollte dann ganz nach vorne gehen sollte eigentlich passen ein bisschen abstand dazwischen ja passt kann man sogar noch einen walker holen die drei turtles waren sofort weg ohne gliederartschalter jetzt für die boss wave ja eigentlich soll nichts bauen dann machen wir robos einfach mit rein robos und schnecke wir haben schon übelst viele walker auf wave 9 schon 15 10 das kreis geht diesmal helder aber er nicht es gibt es für dich sogar shutdown gehüllt wir sind trotzdem ganz weit unten das kann nicht sein dass beide fiesta motor das glaube ich nicht wir könnten auf 12 gehen vielleicht mal ein bisschen sammeln da braucht ja ganz schön shit auf 13 wir gucken mal was gebaut wird also knapp hat sie mich da gibt es wieder shutdown gold sehr gut das war natürlich ärgerlich könnte könnten könnten das mal probieren weil der geister ritter hält übelst viel aus so links die vögel sind schon weg zack shotgun gold für mich der kommt auch gut durch sehr schön ab dem king maximiert weiß ich nicht ob das so viel sinn macht stich das bringt mir kaum was ne ich werde noch sammeln ich werde auf auf 13 gehen vielleicht 13 14 um ich würde das in king nicht upgraden weil ich habe schon so viel gesammelt hätte sonst keinen sinn ich habe wenig tanks meine ersten guter tank war noch also auch nicht schlecht außer der rest ist ungünstig wir gucken ab jetzt viel senden oder nächste wave jetzt ok können wir ruhig auf 15 gehen ok ok ich habe ganz vergessen den king gar nicht upgraden ok das war's okay das war unerwartet ich dachte wir haben noch eine chance die haben beide fiesta deswegen haben sie immer vor uns wir haben beide fiesta wir hatten ja gar keine chance die ganze zeit über aber das ist ja auch unglaublich unwahrscheinlich dass man dabei fiesta hat so sonst hätten wir uns herausgeholt so aber das prinzip auf kohle scheiße naja das war eine weiterrunde dietschen ich hatte auch bei der anderen videos gerne vorbei das lege abo da wenn ihr mehr sehen wollt bis dahin entspannen tag macht's gut bis zum nächsten mal ciao